Bevor du findest, was du suchst, musst du natürlich erst einmal auf die Suche gehen, den richtigen Weg für dein Leben. Du suchst nach Anerkennung, du suchst vielleicht nach Frieden, ein anderer sucht nach Gesundheit. Und da heißt es so schön in Amos 5, Vers 4, suchet mich, so werdet ihr leben. Und mit dem Finden, da können wir es auch nachlesen, in Sprüche 8, 35, wer mich findet, der findet das Leben. Bis zum nächsten Mal.